Ich war zufällig da, als der Zugriff erfolgte. Also die Polizei kam, besser gesagt, SEK, Leute mit Sturmhauben angefahren. Das ging innerhalb von Sekunden hier auf dem Parkplatz der Bäckerei. Dort waren zwei Männer, junge Männer, einer trug, meiner Meinung nach, eine Baseballkette. Die wurden völlig überrumpelt, auf den Boden gedrückt, Handschellen auf dem Rücken und das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017